Ja, Sie Debsi! Ja, blöder, kommen Sie an der Tischstelle! Ja, können Sie nicht aufpassen! Sie wissen doch, dass da bedient wird! Komm, jetzt bitte, Frau Keindl, Sie müssen doch den Herren jetzt nicht so... Ah, so weit haben wir jetzt. Aber das sag ich Ihnen gleich, Frau Brochatzke, da sag ich Ihnen gleich, gell? Mit mir nicht, gell? Ah, so brauchen wir gleich gar nichts, gell? Ich wollte doch nur sagen... Nein, das kommt nicht in Frage! Aber Frau... Das muss ich mir doch nicht bieten lassen! Wenn der Dad da da herkommt, das werden wir doch noch... Wenn er noch sollen dürfen, man verdient ja eh keinem, was darin! Dann bedienen Sie selber, gell? Ah, Wiederschauen! Ich freue mich noch von dem Däten, das hab ich doch nicht nötig, oder? Die ist gut! Eine Tampfwalze! Die ist ja wie ein Pultock! Sauerkraut! Ah! Sie sehen wirklich nicht gut aus! Nein, wirklich nicht!